Hi, mein Name ist Marielle Doktor und ich bin von Verstel Immobilien und heute bin ich in das Gorda den Rauhriesertals und darf ich Ihnen ein von den fünf Luxus Apartments von Storm House Premium Residence präsentieren, die wir momentan exklusiv im Verkauf haben. Gehen Sie mit? Willkommen am ersten Stock, wo die fünf Apartments sich befinden. Schauen Sie sich wie wunderschönes Gewirbel mal an. Schauen Sie mal! Das für eine Aussicht, oder? Wenn Sie sich vorstellen können, hier jeden Tag aufzuwachen, dann schauen Sie bitte auf unsere Homepage und da finden Sie alle Informationen zu dieser oder die vier anderen Apartments. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!